Oh ne, jetzt haben wir uns gefangen. Also, eGaming-LPF. Ich hab extra geswitcht, das ist... Meine Schwester kriegt... ...eine Kugel. Nur nicht. Ihr kommt wieder. Hau lieber, dein Bruder, Grant. Ist dauer, Tyson? So, ist dauer. Okay, verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir da? Früher hätte ich alles getan. Ich hab sogar getötet für meine Schwester. Das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Sie bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Geh, du verdammte Mal! Dann siehst du mir... Was? Was? Der Perfekt nochmal ist ihr wichtiger! Die oder ich! Ich oder die! Als ob... Echt, als ob... Die denken... ...dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch... ...so schön gepasst. Es wird nicht so blöd, dass Cidra dich tätowiert hat. Es reicht es nicht, dich zu töten. Du musst dich auslöschen. H-h-h-h-h-h-h-h... is ok... Nicht weinen! Ist schon ok? Der Essen! Ich schwöre bei Gott, Mann... ...das ist wunderbar. Dass du bereit bist, für deinen liebsten zu sterben. Toll! So, auf jeden Fall geht's weiter. Eigentlich wollte ich das doch ja nicht mehr zeigen. Aber... Gut, jetzt daher, dass es wirklich an so einem essentiellen Punkt ist. Bleiben wir immer noch drin. Was geht denn ab? Ich darf noch gar nichts machen. Bin... Bin ich gerade einschlafen. Drei Stück war Corona gefallen. Okay, ich hab ne dewig Zeit. Ähm... Ich weiß halt nicht, wo ich hier hin muss. Super, ich kann wahrscheinlich nicht durch Flammen laufen. Ich muss auf die Rohre schießen. Rohre schießen? Welche Rohre? Ach, die da! Ach so, okay. Gut, dann ist nämlich das... Toll! Ach, komm schon! Ach, Kuh halten! Ach so. Ich tricke mal Kuh. Dann decken wir uns mal einen Spritz. So, aber jetzt bin ich auf jeden Fall mal an der Leiter und kommen wir hier raus. Okay. Ich bin aber immer noch ein Stockwerk zu tief. Zumindest hätte ich das mal gesagt. Oh Gott. Liesha, ich stehe die Tür! Ich komme! F... Bauf... W... 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 ... W... Was ist denn jetzt schon immer? Komm schon! Munition! Die holen wir nicht mit, weil... Oh Gott, ich hab gerade gedacht, ich hab noch gefallen. Ah, hier ist was. Das hände ich mich eigentlich gesucht. Ich halte die Hitze nicht länger aus! Ich hab zu jammern, mal Hans fascht. Passt. Nee! Nee! Ach komm! Bin ich laut auf so ein Kackloch gefallen? Das ist nicht normal! Aber der wird mich wahrscheinlich jetzt mitten da drin noch unterschicken. Einfach nur, weil... ja, weil das kann. Und ich bin gerade einschlaft zwischen diesem komischen Brett und dem Sternrecht daneben gefallen. Hammer hart. Oh, super. Ich bin gerade erst runter gefallen. Äh, wie war das da dann? Ja gut, genau das hätte ich jetzt zum Strach gemacht. Gut. So, dann müssen wir da drauf schießen. Mach gern Sachen. Das ist ja nur so, als mach ich's gerade das Tod immer. So. Ähm. Ich muss hier rüber. Dann da vorne an der Tür. Mach ich jetzt. Dann machen wir das da. Dann muss ich irgendwie weh tricken. So. Dann gehen wir hier hoch. Dann fällt er da fast runter. Ja. Aber wenn man sich beeilt, schafft das nicht. Dann ist da auch echt ein Rohr. Nicht, dass mir mein Herr meint, ich wäre inkompetent oder so. Weil ich durch so'n blödes Loch gefallen bin. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Aber auf jeden Fall scheint ich gut im Zeitraum zu sein. Weil ich noch mega viel Zeit habe. So. Hier bin ich lohn und hat hochgefallen. Und mal hart. Hier können wir mal klettern. Auf jeden Fall scheint ich mal nochmal auf dem Niveau von der ist ein Video. Keine Sorge. Ich bin da. Oh mein Gott. Wir haben Oliver. Wir haben Oliver. Wir haben Oliver. Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Dann haus mir nach. Ich hab eine Idee. Was ist doll dafür, dass es mir nachrecht läuft? Sie vor. Oh nein. Das ist der einzige Weg für uns. Er kommt schon. Oh mein Gott. Gut, dass hier beide solche Nieten sind. Toll. Das ist alles in Ordnung? Ich glaub schon. Da drüben. Der Waage. Ich glaub schon. Ja. Sag bitte, dass sie nicht fährt. Bitte lass mich fahren. Nein. Den holen wir. Wo soll ich das Fahrzeug? Lisa, du fährst. Nein. 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 Das ist der einzige Weg. Das ist der oma. Das ist mein Spiel. Nein. Er wird nicht entfernt. Ohhhh, ja. Oh, dass das ein Nate war, Focker. Muss man bestimmt auch über Distanz schätzen. Wie ein Problem, ey. Was machst du, der Hempst, du schießt auf dich, Jason. Mach keine Sachen. Sie kann zwar nicht, vielleicht hat er eine gute Beobachtungsgabe. Hm, der ging daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn sie auf mich schießen. Im Endeffekt schießen sie auf mich, Lady. Hände auf 10 vor 2, 10 vor 2. Dann fahr du doch. Ciao. Ja, eure Probleme hätte ich mal gern. Mi, 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 mi. Meine Güte. Oh, mein Gott. Schneller, schneller. Keine Straße, geht nicht. Na quer, was sie wollen. Na, na. Fahr weiter, meine Güte. Nein, abgesoffen. Regenlüsse. Rett auf die Kugelung. Ich hab doch gesagt, losse net fahren. Ich hab doch gesagt, losse net fahren. Ey, du wärst mit dem Grenade-Launcher besser gefahren, wie mit Lorde, der verpackten Pistel, verpistisch. Überphase doch einfach. Die fährt wie ein Mädchen. Okay, ich kenn zu sehen, sie ist ein Mädchen, aber... Wir wissen, was ich bin. Wir hängen hier ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller. Ich fuhre am Mimimim. Geil. Diese Fischer haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Naja. War nicht so cool. Großartig. Willst du fast rausgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elischa, beruhige dich. Es ist dein Eifrauch. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher, weil Keith und Daisy... Was ist mit Riley? Ich weiß nicht, ob es Riley oder Grant... Grant ist tot. Shit. Ich weiß nicht, ob ich die anderen finden werde. Wo ist sie? In Sicherheit. Dann muss ich von ihnen finden. Ja, will ich jetzt nochmal fahren? Worst date ever. Naja, will ich so nett sein. Die ist ganz froh, dass ich draufgegleiche. Na gut, ähm... Ja, aber nun, was ist jetzt so der nächste Schritt? Das ist mal auf jeden Fall noch jemanden von. Susanne, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ich finde einen Weg zur Höhle. Oh. Der ist bestimmt... Zwei Fähigkeitspunkte halten. Oh ja. Oh, los, der Weg. Aber ob da noch ein Ladewittschirm draus gemacht. Oh yeah, wuhu. Ich habe es geschafft. Oh. Oh. Tut mir so. Nein. Okay. Genug gehalten. Und ich habe dieses Boot. Und jetzt reparieren. Es ist das Picket weg von der Insel. Ja. Und direkt auf den Grund des Ozeans. Das ist der Bootsexperte. Und ich brauche jetzt was Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder. Der fehlt. Okay. Ich nehme mal um. Der liegt jetzt bestimmt so direkt hier am Feuer. Mein Gefühl sagt mir, dass der Antriebskopf bestimmt bei dem Punkt davon ist. Ist nur so eine Idee. Okay, irgendwie ist das RP dann nur Video. Video, Video, Video. Aber okay. Oh mein Gott. Ich brauche unbedingt den Skill so schneller zu schwimmen. Nachricht. Hallo. So, um. Achso. Okay. Wie soll. Die Frage ist. Sie reparieren das Boot. Aber wie soll das hier rauskommen? Und sich mal dort drüber Gedanken gemacht? Dann scheint mal nicht. Dann reicht es aus der Kiste. Wieso habe ich hier auch keine Karte? Wenn das ohne Dings von der Earnhardtshaus ist. Muss doch hier eigentlich Karte gehen. Schöne Muschel haben wir gerade. So. Es gibt so viele andere Sachen zu machen und ich gehe einen Antriebskopf besorgen. Video. Weil man hat ja heute noch gar nichts gesehen. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn noch andauern. Erklär noch mal, warum du das nicht machst. Ich bereite dir die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fahr. Ach, das war's. Ja. Okay. Lisa! Rede mit mir! Angelstuh oder was? Sie lohnt so ein Stockner an der... Psst, hey, psst. Hedo. Hallo. Hedo nachts träum ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu schreien. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir, mein Lieber. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art klar. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Sie bleibt hier und hier stehe sie mit dem Boot. Boot. Sie haben die Flucht fast nicht überlebt. Deine Sorge, ich mach das schon. Ciao. Sei vorsichtig. Ne. Ein Koffer. Wo er nennt den hier? So ein hübscher Koffer passt so schön zu deinen Augen. Ähm. Wie sieht es dann zeitlich aus? Ja, eigentlich gut. Dass das mal das Video hier schneidet. Piggi. Also ich geh noch aus der Hölle, mach noch eins und dann nur mal weiter. Piggi. Wie sieht es dann. Wie ist das? Ja.